moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja sind schon lange keine videos mehr gekommen ich weiß aber ja ich hatte keine lust und aber jetzt mit einem neuen projekt und zwar ls live also wird das leben ja wir sind ja auf der holzer map haben einen kleinen schönen hof und schafe hühner kühe noch nicht ein paar traktoren insgesamt drei einen habe ich mir eine helfer aufs feld geschickt ein glas mähwerk anhänger auch auto zum schrauben dann hier den alten oldtimer und hier mein normales auto jetzt dem projekt ich wollte mal was anders machen und der spielstand von ls allerbach wurde gelöscht schon wieder und deswegen ja bin ich jetzt hier aber ich hoffe es gefällt euch wenn ja könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen wir fahren mal zu dem feld wo gerade gegrübert wird hier kann ich bestehen bleiben das gehört auch noch mehr haben wir einmal die zucker rüben einmal dünger habe ich geholt und weizen für die hühner bis ich halt selbst angebautes weizen habe dann hier mal ballen technik sammelwagen ein sammelwagen einen wänder und schwader und hier hat dünger und hier habe ich noch ein rondlader und hier hat die sachen da fahren wir erstmal nach hinten zum traktor schon wieder falsch gefahren das wird den weg müssen wir sagen das wäre schon der helfer macht das gut aber nicht perfekt weil hier seht ihr zum beispiel hier hat er was ausgelassen weil er nicht hinter mir kommt aber das mache ich dann später wenn er fertig ist und so ne da ist er noch nicht fertig und ja was ich jetzt mache ich erst mal schon wegen weizen 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 antrieb dann was ich noch brauche ist was ich vorhabe ich würde echt ich würde echt AFA 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 oder AFA oder AFA oder AFA oder AFA muss noch schauen fahren wir mal zurück was ich vorhabe was ich vorhabe ich erst nicht schauen ob die Tiere noch jemand brauchen was ich sie dann sich das ihnen dann bringen und ja aber erst mal so ähm erstmal einparken wundzahlung ähm ja was ich dann vorhabe ist halt das gehört alles mir und das will ich noch dazukaufen kostet aber sehr viel und deswegen heißt man hat dabei noch nicht leisten bei dem auto fehlt auch noch nicht wird auch nicht viel mehr nur ein paar Sachen halt sorry Leute ich muss kurz ich habe ihn vor kurzem ich habe ihn nicht mehr ich habe ihn verletzt ich habe ihn nicht mehr ich habe ihn nicht mehr Und ich werde da hin, so Und ich kann jetzt mal das ein bisschen zusammen ich das gleiche weg das war nicht meine absicht hier so scharf scharf so haben wir überhaupt irgendeine männerchen nee aber auch macht aber nicht um und hier ist der abschlipp ach so ich wollte erst einmal zusammenkehren so der ist nicht schmutzig da muss ich nichts machen der ist auch eigentlich nicht schmutzig aber der auch auflöst hoher so den waschen wir mal so weil der auch schon richtig träglich ist und ab und zu so er hat er hat er auch gewaschen vor allem nach dem letzten unwetter musste ich nochmal aufs Feld fahren um zu schauen oh dass die saad nicht weggespült wurde sagen wir es mal so und da bin ich mit dem Traktor ein bisschen eingesunken da muss ich den anderen traktor nehmen und mich raus schleppen und da war er auch richtig schmutzig also so was können wir sonst noch machen wir schauen wir mal auf das Feld da drüben das ich finde was wesentlich auch tat gekeimt ok oh weizen ist da also wäre ich da wahrscheinlich drogen oder sonst woanders woanders fehlt nicht wenn ich immer den alten traktor nehmen weil der alte ist mein lieblings traktor aber die anderen sind natürlich stärker und ja also ich den nicht immer nehmen den nicht immer nehmen die 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 Ich brauche mal die Schafe. Warum stehe ich denn eigentlich immer da drauf? Scheiße! Ich brauche mal die Schafe. Die Schafe. Ich brauche mal die Schafe. Ja, ich weiß. Apa. Das ist ein Stumm. aber ich hab's kaputt gemacht da 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 ne i must start mit in Ich kann das nicht aufhören. Kann das nicht aufhören? Ich kann das nicht aufhören. Ah, dann muss ich mal kurz was. Okay, das geht nicht. Oh, das ist das Headstone. Sorry, sorry, sorry. Ach, du Wundersohn. Aber der fällt, Gott sei Dank, E43. Es werden auch bald neue ARC-Videos kommen. Natürlich nicht, wenn ich die hochklein habe, sondern neue. Erstmal fahren wir zum Hof. Gut, dann gibt er auch 42, ja 43. Lohnzahlung. Was denn Lohnzahlung? Ach Gott. Lohnzahlung. Wir fahren noch schnell auf dem Hof, laden den Dünger ein und nächste Folge düngen wir dann. Bei dem Projekt ist es auch wieder so, dass ich vier Folgen am Stück aufnehme. Und, ja, tritt durch das Tal. Jetzt möchte ich mich doch veräppeln hierher. Es hat der weniger Grip hat als die ganzen Traktoren. Vor allem hinten müsste er mehr haben. Und, ja, tritt durch das Tal. Und, ja, tritt durch das Tal. Und, ja, tritt durch das Tal. Das gibt es doch gar nicht, der Gelsis. Der hat doch nicht mal den Boden gehört, Digger. Unfassbar. Ich sollte eine Kurve nicht zu schnell fahren. Sonst fliege ich noch um. Das ist doch ein, das ist ein, das ist ein Hof. ich schau mal ob ich vielleicht in der nächsten folge mit meinem lenkrad aufnehmen da kann ich besser fahren aber es wird halt schwer mit dem mikrofon ohoh ich schau mal die, nicht auf die hier ich glaube ich mach mal den 900 jüngers dran jetzt fahren wir mal hier hin ausschalten dünnen sollte vielleicht auch mein freund gewicht in der nächsten folge gut das was mit der folge ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten mal bleibt schlau und